Mammbo-Wibby-Leute und willkommen zurück zu Batman, der Amini-Within. So, wir öffnen die Kiste vom Riddler. Mal schauen, erst mal scannen, wer weiß, ob die gefährlich ist. Oh, okay. Puzzlebox. Oh, ich weiß schon jetzt, es wird schwer zu öffnen. Jetzt weiß ich, wer diese Frau ist. Das wollte ich gerade sagen. Das ist, weil er mich nicht kennengelernt hat. Das ist für verdammt sicher. Du wirst nicht wissen, wie glücklich ich bin, dass du hier arbeitest, mit der Polizei. Danke. Dass diese Frau sind in Justice. Ähm, Suicide Squad, mein ich. Ich weiß nicht. Ich werde mich auf dem Foot Patrol, bis ich aufzüttere. Meine Leute sind trainiert für Situationen wie diese, Gordon. Wir haben Riddler in Kustodien, wenn du nur die Telefon abgeholt hast. Das stimmt. Du bist der legendärer Badme. Ich habe sehr viel über dich gehört. So viel so, dass ich nicht weiß, ob ich die Hype sollte. Und du bist? Das ist Amanda Waller, Direktor der Agenz. Was machen die FEDs hier? Riddler ist der Fall. Die GcPD hat sich gefragt, unsere Türen zu ihnen zu öffnen. Gib ihnen, was sie brauchen. Wir haben diesen Maniacen schon seit einigen Zeit gearbeitet. Niemand weiß mehr über ihn, als wir tun. Weltklasse Kriminale wie Riddler. Sie sind ein bisschen unsere Spezialität. Ich versuche es mal... Genau. Ich versuche mal, das bisschen kooperativer zu machen. Riddler war ein Spieler in Gotham, daß Thomas Wayne und Falcone ran die Stadt. Er hat so plötzlich geschehen, und für so lange... ... dass alle, dass er tot war. Alle waren falsch. Riddler ist zurück. Und wenn diese Theatricks sind, dann will er die ganze Stadt wissen. Meine Leute sagen mir, du hast ein gutes Arbeit gemacht in Batman. Du und ich? Ich glaube, wir würden einen verdammt schönen Team machen. Ich habe gehört, wie du mit Lady Arkham geschehen hast. Nicht zu sagen, dass die Stadt korrupte Mayor, Dent. Was du denkst, was du zu den Tisch bringen kannst. Ich brauche es nicht. Du kennst mich sogar ein bisschen. Du wirst nicht wundern. Ich glaube, du möchtest mich auf deinem Seite. Der einzige Problem mit deinem Setup ist, wer du mitarbeitest mit. Lokal Law Enforcement kann sicherlich nicht cut. Ich habe eine Lokal Crime Rate, das sagt auch so. Frau Waller... Bitte, Kommissioner. Teargas. In einer hostage Situation, wir haben eine Ambulanz fulle Civilians mit ihren Augen schlossen. Nicht zu sagen, du let Riddler slip durch deine Finger. Du G-C-P-D-Cowboys, sicherlich nicht zu wissen, was du machst. Du legst das alles auf mich? Du bist der Kommandante, nicht wahr? Oder sind die Stars nur für die Show? Du kannst das nicht auf Jim. Ich habe mich für eine Verbrechung. Dann vielleicht bist du nicht so beeindruckend, wie ich dachte. Ich bin bereit, um die Verbrechung zu verhindern. Die Verbrechung zu verhindern. Ich muss eine Sicherheitsdetail auf Mori, während er im Krankenhaus ist. Agent Avesta wird dich auf, was wir bisher wissen. Als Token interdepartmental Kooperation. Ich halte sie natürlich zu kochen. Ich halte sie natürlich zu kochen. Ich würde sie versuchen. Special Agent Imana Vesta. Field intelligence specialist auf der Riddler-Case. Und mein Partner, Agent Blake. Wie machst du? Blake. Ich habe dieses psychologische Profil von Riddler zusammengelegt. Du siehst, wenn du es lernst. Er hat... verändert. Für deine Augen nur. Wenn du meinen Drift bekommst. Der Target des Casino-Attackes. Rumi Mori. Hast du eine Idee, was Riddler mit ihm mit ihm wollte? Wir denken, es hat etwas zu tun, warum er zurück in Gotham ist. Er ist ein Wahnsinn. Du kannst nicht für einen Grund schauen, dass jemand so klar verankert ist. Riddler zeigt Signale von einem obsessive-kompulsiven Disorder. Aber er ist schrecklich intelligent. Ich würde mich überraschend sein, wenn das nicht Teil eines größeren Plans war. Lass mich wissen, ob du etwas denkst. Es wäre eine Hilfe. Das kannst du vergessen. Ich bin Gotham geboren und geboren, du kennst. Mein Vater hat eine Verkauf in der Schuhe des City-Stadium. Aha. Ich wollte nur sagen, es ist eine echte Ehre, dich zu treffen. Ich habe doch etwas, was ich zu fragen möchte. Die kriminellisch verrückt. Du bist auf sie, nicht wahr? Es ist etwas in dir, das dich auf die Gefahr zieht. Das Chaos. Die Energie. Du kannst nicht weg. Ich mag nicht, was du insinuierst. Natürlich. Ich... Bleib deine Pops-Psych-Evaluationen zu Riddler. Und bleib aus meinem Kopf. Entschuldigung. Ich wollte nicht, zu spüren. Ja, das war aber ganz schön persönlich. Aber sie hat ein bisschen recht. Ich werde dich in Kontakt. Agent. Batman, bevor du gehst. Gotham ist deine Stadt. Ich respektiere das. Aber du solltest wissen, dass ich nicht gut spielen muss. Ich lasse dich den Riddler für heute. Du besser alles, was du findest. Oder... Was? Dieser Kürtese-Koll wird etwas, das du wirklich nicht magst. Du verstehst mich? Es gibt viele Möglichkeiten, wie das gehen könnte. Wir hauen einfach ab. Episode 1. Das Enigma. Wer ist der wahre Feind? Ist es der Riddler? Oder ist es Wallace? Okay. Dieser Reporterin oder dieser Agent... Ich verwechsel jetzt. Sag jetzt mal Reporterin. Ich weiß nicht. Sie hätten so komische Ansätze gehabt. Ganz trauen können wir noch niemanden. Außer Gordon natürlich. Deshalb höre ich auch auf das, was Gordon sagt. Ich bin zu Hause. Oh. Das kann es laut sein. Oh, das ist nett. Oh, das ist nett. Danke, Al. Ich brauche einen Fokus. Vielleicht kann Musik helfen. Atmosphärisch. Klassisch. Dash. Dash. Jazz meine ich. Ähm. Atmosphärisch? Ich bin jetzt gespannt. Was meinen sie mit atmosphärisch? Der Computer ist fertig und erledigt zur Riddler-Puzzle-Box. Es ist bereit, wenn du bist. Lass uns arbeiten. Mann, so hatte ich mir das nicht verbestellt. Gut, uh. Doch, ist schon eine coole Musik, aber ich glaube nicht, dass man sich dazu konzentrieren kann. Aber man kann dazu tanzen. Hey! Okay, nein. Jetzt zur Ernsthaftigkeit. Ich habe immer noch so das Gefühl, zurückspielen zu wollen, weil ich Life is Strange gespielt hatte. Allein hatte ich das ja durchgespielt. Und nach jeder Entscheidung habe ich ja immer zurückgespult und ich dachte, oh ja, ich kann jetzt die Musik die anderen auch anhören, was das ist. Aber kann ich natürlich nicht. So. Batshut. Oh, den schauen wir uns an. Mein Einzug nimmt oft ziemlich viel Schaden, aber er macht noch immer das, was wir erschaffen wurden. Meine Identität verstecken, kriminelle Einschüchterung, mich am Leben halten. Ah, der wurde beschädigt von den Kids of Arkham. Das ist mein Enterhaken, den kennen wir. Die Batarangs. Die Rauchgranaten. Stunner, was war das nochmal? Ah, genau. Das war das Elektrische. Ah, das ist mein früherer Prototyp. Okay. Haben wir jetzt genug hier angeschaut? Oh, da ist noch ein Harvey Poster. Das schaue ich mir nochmal an. Nein, nicht zur Box. Oh, das ist nett. Was, was ist los? Oh, das tut mir leid. Alfred. Nein, nein. Du bist nicht über mich. Ich muss mich gut sein. Aber es war schwer nach meinem ersten Tour of Duty. Du bist Familie, Alfred. Wir beschäftigen uns über Familie. Danke, Bruce. Es wird passieren. Arbeit immer hilft. Schauen wir uns hier also am Gotham-Feed. Und, despite some heavy citizen-chrism from bla bla bla, Agency-Dateien so. Das glaube ich nicht. Ja, das glaube ich. Ich weiß nicht, Alfred. Die haben uns ganz schön bedroht. Also Batman. Riddler terrorisiert diese Stadt lange bevor du Batman war. Gotham's original costummed criminal. Ja. 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 Ich brauche auch nicht. Hm. Hier traue ich auch noch nicht so ganz. Ach das sind unsere Eltern, ok. Jetzt können wir glaube ich die Box in Ruhe öffnen. Seine Rätsel sind ziemlich schwer. Ich habe ein Auge, aber kann ich sehen. Auge eines Hurricanes, ein Nadelöhr, ein einäugiger Rufel, blinde Gerechtigkeit. Ich weiß nicht, ob ich blinde Gerechtigkeit oder Auge des Hurricanes mache. Ah, es muss doch der Hurricane sein. Ich dachte, er meint sich selbst als Hurricane. Also doch nicht? Was? Ein Nadelöhr. Okay, und wie nutzt man das dann? Mann, ich bin ein schlechter Detektiv. Ich finde etwas, womit man die Scheibe benutzen kann. Kinokarten, die liegen immer noch da. Ah, jetzt können wir uns die Sachen hier ansehen. Catwoman. Was haben wir denn von Catwoman? Ah, Selina. Sie wird wieder aufhören. Ich freue mich, dass sie es. Harvey Dent. Er war ein Freund. Mal. Im Endeffekt kann Harvey eine einzige Entscheidung machen, ohne seine Glückwunsch zu machen. Er ist jetzt in Arkham Asylum. Mit dem Rest des kriminellens verrückten. Armer Harvey. Penguin. Okay. Suchen wir weiter nach Dingen, die wir benutzen können. Ah, unseren Plattenspieler. Tatsächlich. Halbwegs da, Batman. Das bedeutet, dass du halb eine Chance hast, dass du ein ganz viel Schmerz verhindern kannst. Um ehrlich zu sein, du machst es bereits besser, als ich dachte. Aber nicht sitzen da draußen, fühlst du dich mit dir gefühlt. Unless du willst, wenn du mich auszupassen kannst, die Stadt auszupassen kannst. Ich denke, dass du da bist. Natürlich. Das ist ein Riddler aus dem Riddler. Natürlich. Huh. Es ist so, dass ich manipuliere radio-Bands, oder waveforms, oder etwas. Ich bin nicht sicher, was ich schaue, oder wie es eigentlich aussieht. Radiobell ein bisschen, oder? Ist halt aufgehört. Oh, das ist cool. Aber warum ist er so aufgeregt, so unsicher ein bisschen? Greif jederzeit auf den Badcom, wir nehmen den Badcaver aufgeregt. Danke Alfred. Ich hoffe, deine Hand geht es irgendwann besser. Alte Stadt, neues Spiel, Wayne Tower, 7.29 Uhr, uh, ist ja wirklich früh. Oh ja, ich weiß, was du da, Wayne Tower? Ja. Das geht sie nichts an, etwas für Lucius. Ah, sie hat das nicht geglaubt, aber sie will auch nicht weiter nachfragen. Lucius, Lucius. Du bist in meinem Zimmer. Ich habe nur die Encryption auf deiner BAT-TEC. Aber wenn du mich aufhören möchtest... Nein, das Seat ist alles dein. Das ist das, was du sprachst? Ja. 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 Ich habe keine Anzeige von Explosionen oder Pfeifen. Ich habe das bereits in der Kaffee gescannt. Er scannt viel zu kompliziert. No. Äh, ich meine, er denkt viel zu kompliziert, der Riddler. Huh. Schau dir an das. Mikropulswahlform. Ah, und der Sound, der ausgibt. Ein Signal vielleicht. Ja, ein Signal, wo wir uns befinden. Was ist das? Eine Kamera? Ist das vom Riddler? Ah, so. Mein Gott. Hey, Bruce. Tiff, mein Gott. Tiffany. Es ist schon lange. Sieht aus der Orientierung deinen ersten Tag? Ich wollte nur Hallo meinen neuen Bossen sagen. Ich habe dir ein Präsent. Ein Prototyp Mikrodrone, den ich in meinem Zeitraum entwickelt habe. Das ist cool. High in AV. Stealth Black Shell. Programmable für Autonomous Observation. Small, quiet and super smart. Just like its designer. Nicht schlecht, oder? Du willst wohl eine Gehaltshäuser haben. So hart zu wissen, wie ein Mann, der alles hat. Ähm. Und sie scheint nett zu sein. Ich liebe es. Danke, Tiffany. Well, ich glaube, es ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Siehst du, was ich damals hatte. Huh. Es ist etwas anderes über dich. Ähm. Es ist. Und ich meine nicht nur, was mit deinem Ohr passiert. Ich kann nicht ganz meinen Finger auf das. Aber du schaust. Du schaust. Bitte sag. Ich kann nur noch mal sagen, alt. Haha. Well, jetzt, dass du es erwähnt hast. Hey. Spiel schön. Bruce hat ein schweres Jahr gehabt. Interessant. Nicht? Sie weiß nicht, dass ich bete. Okay, jetzt wird sie zu neugierig. Es ist elaborat und unorthodox. Almost intentionally so. Wie, wer es zusammenfasst hat, hat sich ein bisschen aussehen. Huh. Mikropulswaffen? Das ist einfach weich. Serious. Was ist das denn? Ich habe nie etwas wie es gesehen. Es ist wie, wer es gemacht hat. Es ist etwas, was dein Vater daran gearbeitet hat? Lucius, will ich es erklären? Oh, es ist nichts. Es ist nur ein altes Stück von Technik, der seinen Weg in meine Lande gefunden hat. Aber was macht es? Das ist, was wir versuchen, zu arbeiten. Ihr seid glücklich, dass ich hier zu helfen bin. Ähm. Hilfe mit... Fingere das freakliche Ding aus. Tiffany hat erst in ihrer Klasse in Cornell in molecular engineering. Lass mich einen Rack anziehen. Ich kann dir helfen, dass du zu den Bauten kommen kannst. Fingere, was du tun kannst. Ja, natürlich. Warum soll sie nicht? Wenn du denkst, dass du dir helfen kannst, dann bin ich mein Gast. Oh, ich weiß, dass ich dir helfen kann. Ich muss ihm nur wissen, dass ich nicht die Orientierung am Ende enden werde. Kein Problem. Oh. 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 Oh, ihr Kleid. Das sind so... Wie bei so einer Festplatte oder so, wie das aussieht. Oh. 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 Okay. Oh. 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 Kann ich meinen Assistant bekommen, um dir was zu holen? Kaffee, Wasser, Donuts? Nehmt dich, das wird nicht lange dauern. Dieses Office, das wirklich dich beträgt. Ich glaube, das so. Ist das du? Ja. Wie alt? Ich weiß nicht, sieben, acht vielleicht. Ich bin so glücklich. Nach dem alles, was du durchführt hast, ich weiß nicht, wie du es immer machst. Machst du was genau? Es war nicht lange, wenn du den Mann am meisten liebt hast, in Gotham. Aber du hast immer so viel zurück in die Stadt. Warum hast du weiterentwickelt, in Gotham? Um... Um... Okay. Wir haben ihn schon seit Monaten gearbeitet, aber ich konnte ihn nicht finden. Warum lacht er so? Was? 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 Das wird ein bisschen intens. Was? 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 W 이미 eine Krise lasserpotenzusten. Was? Wie ein WEB. Und du, mein Freund, bist jetzt irgendwie ins Zentrum. Sie hältst ziemlich skriprig東西, für jemanden, die alle meinen, der sehr viel denkt. cet 옷? Natürlich traufe ich euch nicht. Oh. Es ist Zeit für dich zu verlassen. Wir holen das nochmals wieder. Bruce, komm meine Daughter aus dem Geburt. Geh dich selbst raus. Was? Du sprachst... Was hast du herausgefunden? Ich habe das Riddler-Puzzle, Bruce. Riddler hat uns wirklich einen guten guten abgeholt. Lucius, bitte sag mir, was falsch ist. Sag Tiffany, dass ich sie liebe. Und ich bin sorry, dass ich nicht mehr rum war. Lucius... Wir haben wirklich eine Unterschiede gemacht, nicht wahr, Batman? Lucius! Was ist passiert? War das eine Bombe? Lucius! Nein! Nein! Alter, krass. Oh mein Gott, ich muss aber die Folge jetzt beenden. Ich hoffe, das letzte Mal hat euch gefallen. Mein Gott.